Herzlich Willkommen zurück! Wir sind am Strand. Ich knüpfe jetzt einfach mal genau da an, wo wir das letzte Mal aufgehört haben. Denn es gibt hier noch so viel zu entdecken. Und ich suche jetzt erstmal Merlin, um mit ihm zu sprechen. Vielleicht hat er ja jetzt noch was direkt Neues für uns. Du bist hier? Schön, denn uns bleibt nicht viel Zeit. Okay. Ich kann ihn hier zu beruf sehen. Also weiß ich, dass du mit mir reden solltest. Okay. Hervorste die verfluchte Höhle. Okay, darf ich erst noch angeln? Hier sieht es nämlich aus, als würde ich hier richtig viel bekommen. Richtig viel Gutes. Hallo, Koffe. Ich bin ein bisschen im Rausch. Ja, ich bin ein bisschen im Rausch. Ja, ich bin ein bisschen im Rausch. Ich bin ein bisschen im Rausch. Ach, ich bin Fry's. Du verわかr Efendimiz... Hallo. Okay, wow, die ist ja mal schön. Ich habe übrigens zwei jetzt wieder davon gefunden. Und ich hoffe, wir kriegen noch weiterhin davon welche, weil wir brauchen die echt für die andere Aufgabe. Jetzt muss ich mal einmal gucken. Eigentlich würde ich die Sachen ganz gerne verkaufen, weil jetzt weiß ich, wo ich sie finde. Ich brauche aber Money, weil wir sind ziemlich... Ja. Okay. Ich würde das ganz gerne nämlich verkaufen. Hallo Kumpel! Vor allem die Fische. Die Fische. So. Die beiden Sachen. Die beiden Sachen. Die beiden Sachen. Die drei. Es bringt nicht viel, aber wenigstens etwas. Wenigstens etwas. Bis bald. Bis bald. Einen Moment, bitte. Ich brauche deine Hilfe. Ja. Du kriegst meine Hilfe sofort. Ich möchte nur noch ein bisschen angeln. Das finde ich richtig gut. Richtig gut. Wie so. Ich bin gleich soweit. Okay, das war ne gute Ausbeute. Genau. Die Hauptbewohner machen sich Sorgen. Okay. Ist durch ein Portal verschwunden. Ja, ja, das Portal. Es war ein Portal. Okay. Mhm. Ursula. Cool. Jetzt soll ich die Höhle erforschen. Dann gehen wir doch mal hier runter. Da waren wir nämlich noch nicht. Ey, das sieht so cool aus. Einfach nur begeistert. Musste mal gerade ganz kurz ein Bild machen. So. Total cool. Ich sammle hier auch erstmal die Sachen auf. Und hier ist schon wieder, ich würde sagen, das ist eine Koralle. Und was ist das? Oh, das wollte ich nicht. Huch. Ist das? Ist das jetzt Einbruch? Also hier läuft Wasser rein. Es ist ja mal cool gemacht. Ich gucke hier einfach schon mal in die Tour. Ist ja sowieso für mich. Und dann... Gehe ich aber ganz schnell wieder Weil da sollte ich bestimmt nicht rein Okay, ich habe nichts ausgelöst damit Sehr gut Denn das wollte ich gerade absolut nicht Ich war nur neugierig und wollte nur gucken, was da ist So Okay Gut Müssen wir jetzt mal gucken, wo wir die Schildkröten Gurtchen Hallo Hallo Oh nein, die hat Angst vor uns Wo war denn jetzt Diese Höhle Uh, Blaubeeren Richtig gut War die Höhle da drüben? Ich glaube die Höhle war da drüben Gut Huch, Entschuldigung, ich wollte nicht stören Süß, wie Wally auch alles erkunden will Ähm, dann gehe ich mal wieder nach da drüben Okay Den roten kann ich mir nicht entgehen lassen Tut mir leid, die sind sehr selten Da muss man einfach zuschnappen Die Höhle Die Höhle Die Höhle Okay Hm, da ist auch noch was. Sehr interessant. Okay. Ich bin sehr verwirrt. Die verfluchte Höhle. Hm. Es ist natürlich die Frage, wo ist diese verfluchte Höhle? Ist die... Ich glaube, da leuchtet es. Ja, ich glaube, ich habe es gefunden. Ich kann meinen Angeltrieb aber leider nicht ausstellen. Oha, wie cool! Ein Königsfisch. So, jetzt aber. Wir können hier auch ganz normal rübergehen. Okay. Bist du bereit, mein kleiner Freund? Wir gehen da jetzt rein. Okay. 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 Okay.